Ich hab doch gedacht, ich würde jetzt hier mit ihm nicht. Mann, das ist eine SMS. Ich werde mal eine SMS reden dürfen. SMS mit Aufbauung! Ich hab' einen Schuss, ne? Ich hab' einen Schuss, ne? Ich hab' den bereit. Aber wenn ich mich immer noch probieren, jetzt wird nicht so da gleich ein Gefühl. Dann kann ich das wieder drücken. Ich hab' den ja noch mal Schiebler. Ich lass' ihn nicht die Zicke selber nicht machen. Ich hab' den ja auch dann schief'n an! Ich hab' den ja auch noch Schiebler. Ich hab' den ja auch schon mal schief'n an! Wer hat da das halbe Ort gezogen? Ja, ich, wo muss hier? Ludo, der Alts hat gesagt, dass er das nicht außerhalb des Halbes ist. Ey, der Verkehr ist jetzt nicht immer gut. Jetzt war Schöner, ich gesehnte, und... Warte. Willi, nur das Schester. Wirst du mal zu meinem Schester gekommen? Dann ist die Pest. So hoch lassen, oder? Was ist denn jetzt mit dem? Ludo will auf jeden Fall das Lotto in die Kindergruppe kommen. Ludo hat ja gar nichts zu sagen. Herzlich Willkommen in den Kinderwagen. Richtig. Ich verstehe, wie auf der Beteiligung sind. Ah, ich kann das nicht sagen. Schenke, nett. Schenke. 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 Bem lastig. Schenke. 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 Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Und jetzt kommt die Abwechslung. und Das war's für heute. 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 Das war's für heute.